Herzlich willkommen bei der Firma Elektro Gohan GmbH. Mein Name ist Markus Gohan. Wir haben dieses Jahr 26 Jahre Firmenbestehen gefeiert und haben unseren neuen Standort in der Bebelsbergstraße 13 eingeweiht. Wir sind Ihr kompetenter Partner in Sachen komfortabler und zukunftsorientierter Elektroinstallation. Hier sehen Sie mein Meisterstück. Hier können Sie das Smart Home selbst erleben. Überspannungsschutz, Sprechanlagen, Schalterprogramme, moderne LED-Beleuchtung und auch Rauchbahnmelder zum Schutz und für Ihre Sicherheit. Hier sind wir in einer unserer Kundenreferenzen. Hier haben wir ein Smart Home installiert mit allen technischen Raffinessen. Die Marke Elektro Gohan zeichnet sich aus durch Qualität, fachgerechte Ausführungen zu erarbeiten, ein guter Service für den Endkunden und der Preis-Leistungs-Verhältnis muss im Rahmen sein und ist bei uns auch so ausgeführt. Wir unterscheiden uns von unseren Mitbewerbern durch unseren individuellen Service, durch feste Ansprechpartner Günther Gohan und Markus Gohan und durch unsere qualitative Arbeit. Der Unterschied steckt im Detail. Die Marke Elektro Gohan.